Wir machen heute einfach mal einen Cold Opener. Wie früher. Hast du schon aufs Band gedrückt? Ja, ich hab schon aufs Band gedrückt, ja. Haben wir früher immer gemacht, ne? Vor den Reviews immer. Jetzt machen wir das nur noch, wenn uns was Lustiges einfällt oder wenn uns einfach danach ist. Mir ist grad danach. Aber mir fällt nichts Lustiges ein. Ich bin noch nicht lustig. Nee, mir auch nicht. Macht ja nichts. Sollen wir einfach reingehen oder sollen wir noch irgendwas? Wir können noch was erzählen. Hast du gestern gesoffen? Ja, ich hab gestern gesoffen. Ich hab so diese typische belegte Katerstimme, weißt du? Aber eigentlich geil fürs Podcasten. Es ist schon so ein bisschen voluminöser, bisschen basslastiger, ne? Die Stimme, wenn du gestern noch einen dir reingekelscht hast. Aber ich schnipp's jetzt und dann geht's ins Intro rein. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Herzlich willkommen. Wir sind in der offiziellen SmackDown Review angelangt. Wir freuen uns. Wir sind in Jeddah. So heißt es offiziell. Sami Zayn hat Jeddah gesagt bei Raw. Deswegen werde ich das jetzt auch so nennen. In Saudi-Arabien. Dort ist zum ersten Mal SmackDown gewesen. Wunderbar. Man hat es in Deutschland lustigerweise um 22.30 Uhr veröffentlicht. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zeit. Hängt ein bisschen mit Abläufen zusammen, die ich nicht zu durchschauen habe. Es war zumindest nicht live, wie das in Frankreich der Fall gewesen ist. Das kann ich dazu sagen. Aber ich hab's schön heute Nacht geguckt. Der Fairhaut hat heute Nacht ein wenig, hat schon gesagt, ein bisschen was anderes gemacht und hat's heute Morgen geguckt. Und jetzt möchten wir gerne darüber reden, denn wir haben natürlich die King & Queen of the Ring Finals von Spector oder Halbfinals insgesamt, je nachdem wie ihr wollt. Und wir hatten noch viele tolle andere Sachen, zum Beispiel Cody Rhodes und eine wunderbare Hose mit Taschen. Und das versteht ihr jetzt noch nicht von Logan Paul. Das werden wir gleich erzählen. Zuerst mal hole ich den rein, der nicht der Chris ist, aus Gründen, die wir gleich erklären werden, sondern der Pär. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Pär. Na, schönen guten Morgen, Marcel. Und auch einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörer da draußen. Ja, es ist mal wieder eine neue Konstellation bei SmackDown, aber auch eigentlich eine gewohnte Konstellation, denn wir beide rocken ja regelmäßig NXT am Mittwoch. Und dann dachten wir uns, komm, SmackDown rocken wir jetzt auch mal. Sind ein bisschen unterbesetzt diese Woche. Habt ihr vielleicht hier und da mal gemerkt, vielleicht auch bei der Dynamite Review gestern. Was? Nein. Ich hab das gar nicht gemerkt. Nein, ich bin einfach eingesprungen. Ohne, dass ich das ja, na. Entschuldige mich nochmal. Ich habe, wer das nicht mitgekriegt hat, AEW Dynamite eine Review gemacht, zusammen mit dem Chris. Und Chris hat diese Show geguckt gehabt. Ja, ich habe versucht zu tun, als wenn ich, nee, ich hab gar nicht versucht. Jeder wusste Bescheid, dass ich es nicht geguckt habe. Wenn euch das nicht gefallen hat, das tut mir echt leid. Aber das ist im Moment tatsächlich schwierig bei Spotfight, denn wir sind alle unterwegs. Chris ist in Berlin gerade. Grüße beim Virgil. Project Nova. Es gibt noch Restkarten, die ich das mitgekriegt habe. Geht da hin. Denn er kommentiert das Ganze. Es wird auch in naher Zukunft auf YouTube hochgeladen werden. Ihr könnt euch das dann auch nochmal angucken. Deswegen ist der Chris heute nicht da. Verschiedene andere Leute sind heute nicht da. Hat auch einen sehr traurigen Grund. Da möchte ich jetzt auch gerne nochmal drauf eingehen. Und Wettbrunst und Klinger, ihr wisst das mittlerweile, ist verstorben am Montag. Völlig überraschend im Alter von 40 Jahren. Ich habe mittlerweile geguckt, Wrestling Deutschland hat eine GoFundMe-Kampagne gemacht. Also wenn ihr da ein bisschen Geld übrig habt für die Familie, geht da hin. Ihr könnt einfach auf Google suchen, John Klinger Spende oder GoFundMe Spenden, Gedenken an John Badbones. Da ist auch mittlerweile über 20.000 Euro zusammenbekommen. Also das Spendenziel wurde auch wirklich deutlich übertroffen. Also wirklich stark wie Wrestling Deutschland oder auch generell jetzt ja wirklich fast die Wrestling-Welt. Also haben es ja Leute aus dem Mainstream auch gemeldet von WWE, AEW, Chris Jericho hat 2.500 Euro gespendet. Das muss man auch mal sagen. Wahnsinn, was da für eine Resonanz kommt. Und ich glaube, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Also mich hat das auch sehr überrascht am Montag. Also ich habe jetzt nie als Fan die wirkliche Bindung zu John Klinger gehabt, weil ich ihn wirklich erst so vor einem Dreivierteljahr angefangen habe, wirklich intensiver zu verfolgen. Aber man auch gemerkt hat, was der für einen Einfluss einfach auf die Wrestling-Welt Welt und aufs Euro-Wrestling auch überhaupt gehabt hat und welche Wellen der da geschlagen hat. Und es ist schon alles tragisch, tragisch plötzlich. Sind mir aktuell zu viele, die in dem Alter versterben. Das sollte nicht sein. Nee, das sollte definitiv nicht sein. Die Welt ist echt scheiße. Manchmal das ist, was wir mal machen, 40 Jahre ist kein Alter. Also geht da bitte noch mal hin. Also es geht komplett an Svenja Klinger, an die Ehefrau vom Wettbewerbs und wird dann auch gut genutzt werden. Das kommen ja dann Kostenaufwands zu, mit denen man nicht gerechnet hat. Das komplette Einkommen fällt weg aktuell. Schwere Zeit. Und Wettbewerbs hat wirklich viel Wellen geschlagen. Also ich habe gesehen, ey, WWE-Leute, die sind sich da alle einsam. So viele. Nick Aldis hat geschrieben. Colgate hat geschrieben. Wunderbar. Und namhafte Größe des Wrestling haben tatsächlich auch schon gespendet. Also ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr ein bisschen was überhabt. Warum denn nicht? Ein bisschen Solidarität zeigen. Das kann ja nicht schaden. Und naja, was soll man da sagen? Weileit und so. Und wir machen jetzt weiter. Hier hilft ja nichts. Mit unserem Kanal können wir mal ein bisschen promoten. Also Dynamite Trivial, wie gesagt, ich fand sie unterhaltsam. Und ich finde, es war auch mal gut, dass man sagen kann, hier, jemand hat die Show nicht gesehen. Und wie fand er die dann trotzdem? Ich fand es gar nicht so verkehrt. Wir haben Kaderanalyse gemacht. Muss ich korrigieren. Ich habe es nicht gewusst. Ich dachte, die wären schon veröffentlicht worden. Sind sie noch nicht. Komm, aber jetzt im Laufe der nächsten Woche. Nächsten Woche. Also Ron Svecton haben wir schon aufgenommen. Das steht schon fix. Da könnt ihr dann auf Patreon und Kanalmitglieder gucken. Und dann kommt noch Dynamite beziehungsweise AEW und NXT kommt noch hinten raus. Was haben wir noch? Eine Preview habe ich gemacht mit dem Chris zusammen. Könnt ihr auch hören, wenn ihr uns da unterstützt. Wunderbar. Tippspiel. spotfight.de ist Tippspiel. Zweimal dieses Wochenende. Nicht vergessen. Samstag, 19 Uhr. Ich weiß mittlerweile die Startzeit. Heute um 19 Uhr fängt King and Queen of the Ring an. Bis dahin müsst ihr getippt haben. Wahrscheinlich schon bis 18 Uhr. Wir machen immer die Kick-Off-Show vorher. Weil da haben wir ein Match. Müssen wir gleich mal gucken. Tippt ihr das? Und am Sonntag, ja, nachts um 2 Uhr ist Dynamite Double or Nothing von AEW. Da haben wir auch schon ein Team. Ui, 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 ui. Da müsst ihr euch überraschen. Da haben wir eine große Überraschung. So als kleine. Das ist keine Entschuldigung. Das war schon vorher geplant. Aber dann werdet ihr auf alle Fälle mehr erfreut sein, als für mich, um mich da zu sehen. Und King of the Ring, das kann ich mittlerweile auch sagen. Ich werde es zusammen mit dem Jill machen. Jill ist unsere Hand bei Collision. Wenn wir jemanden brauchen, wenn jemand ausgefallen ist, dann ist der Jill da. Weil wir haben wirklich sehr, 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 eine Personaldecke. Deswegen machen wir das zusammen. Das wird dann im Laufe des Sonntags dann kommen. Also leider nicht live auf YouTube. Aber so ist es dann halt leider. Aber ihr werdet versorgt. Ihr bekommt alles, was ihr gewohnt seid. Genauso wie diese Smackdown-Review-Pier. Möchtest du dazu was sagen? Ja, also es wird auch kein Watch-Along geben. Diesmal, wie gesagt, dünne Personaldecke und so weiter. Aber wir sind natürlich weiterhin am Start für euch. Wir deliveren trotzdem die Podcasts. Wir haben versucht, alles möglich zu machen, trotzdem irgendwas zu deliveren. Ich bin halt heute Abend leider nicht verfügbar. Tobi im Urlaub, Chris ist bei Project Nova, Virgil ebenso. Also das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Der Mai ist aber generell auch immer irgendwie so ein terminlich schwieriger Monat. Das habe ich irgendwie immer so, wenn so langsam der Sommer anfängt, im Mai, da geht es irgendwie immer drunter und drüber. Da hast du so viele Veranstaltungen immer am Wochenende Partys kommen und so. Wir machen das ja auch alle nicht hauptberuflich und manchmal müssen wir auch auf unser privates Leben achten. Aber es gibt eine Review. Da bist du am Start. Und jetzt können wir... Ich bin immer da, außer wenn ich krank bin. Ja, wir gehen jetzt rein. Chris möchte ich noch erwähnen. Also der ist nicht nur bei Project Nova dabei. Der hat auch jetzt ein Projekt. Also das hat es in der Form noch nicht gegeben. Also da könnt ihr euch drauf freuen die nächsten Wochen und Monate. Das wird passieren. Jetzt wird Svecton passieren, noch nicht ganz. Eins habe ich noch. Heute ist ja Pokalfinale. Die DFB-Pokalfinale wieder mal. 40 Jahre Berlin. Und da möchte ich erwähnen. Bayer Leverkusen hast ja bestimmt du auch mitgekriegt. Super erfolgreich diese Saison. Hat ein WWE-Gürtel geschenkt bekommen. Von Triple H. Ich spreche es persönlich. Bayer Leverkusen leider gerade aktuell mit einer Niederlagenserie unterwegs. Seit Mittwoch. Und alles verloren seitdem. Und WWE-Boss Paul Leweck. So. Er schreibt bei X Glückwunsch an Bayer 04 für die Bundesliga-Meisterschaft und die allererste unglaublich historische unbesiegte Saison. Zeit also wie Champions zu feiern für Glück im Pokalfinale. Wir sehen uns im August beim WWE Fashion Berlin. Das finde ich eine geile Aktion. Und die WWE zieht damit gut auf. Ist aber übrigens auch der Grund, ich sage das immer wieder, dass diese WWE-Gürtel weiterhin das WWE-Logo drauf haben. Weil das ist natürlich auch eine große Promotion-Badge. Das muss man auch mal sagen. Aber ist doch wunderbar. Hat mich gefreut. Haben sie das so schön im Stadion ausgelegt und so. Die Spiele haben das fotografiert. Wunderbar. Ist ein nettes Goodie. Hat man tatsächlich auch schon beim FC Bayern gemacht. Aber da ist es einfach nicht aufgefallen. Weil der FC Bayern hat jedes Jahr einfach Meisterwürde. Weißt du, wer das abgeholt hat? Ja, Lothar Matthäus, oder? Lothar Matthäus. Ja, der war ja gar nicht im Verein oder so. Das großartige Fußballwissen. War doch mal einer. Der war doch früher mal bei Bayern, oder? Also hier, Lothar Matthäus. Ja, den nehmen wir. Der ist gut. Ja, den nehmen wir. Reicht. Nee, schöne Aktion. Und jetzt gehen wir auch rein in die Show, würde ich sagen. Spectrum, dafür seid ihr ja hier. Randy Orton kommt an. Ich muss ja mal sagen, wir ankommen. Der Tomatonga kommt an. Naja, Jax und Bianca will eher kommen an. Die alle haben ja heute ein Match. Ja, und zwar ein finalen Match. Wir sind ja ein halbfinalen Match. Keine Zeiten eingeblendet. Jemand in einem Kommentar geschrieben, bei Raw wurden Zeiten eingeblendet. Und ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht mehr hingeguckt. Ich werde bei Raw wieder drauf achten. Diesmal nicht. Dann haben wir ein arabisches Kommentatoren-Team. Ja, die sind wieder da. Wunderbar, keine Spanier. Mike Rome ist zurück, der Ring-Announcer. Normalerweise hat der Alicia Taylor übernommen. Aber wir haben letztes Jahr auch bei Rose Hexen zum Beispiel gehabt. Also das scheint offensichtlich eine Vorgabe der Saudis zu sein. Hilft ja nichts, ne? Wir haben relativ viele Soundprobleme. Vor allem mit den Backstage-Sachen. Kennt man von WWE nicht. Aber hat nicht weiter gestört. Also es war jetzt auch kein Spektrum, den man so mega gesehen haben muss. Deswegen fand das nicht schlimm. Ich hoffe, bis zum Premium-Live-Event haben die das behoben. Ja, ich hoffe auch. Also mich hat's schon, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen gestört, weil es sich durch die ganze Show gezogen hat. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass man das dann irgendwie fixt, wenn man's mitbekommt. Aber, ich weiß ja, diese Rückkopplung und das Echo hat mich aus gewissen Backstage-Segmenten schon etwas rausgebracht. Ja, mit Thomas O'Champa und so. Ne, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Das ist wohl so. Wir sind ja da, das ist ja Jeddah. Da ist ja so ein Phantasialand drumherum. Das ist ein Riesenrad und alles. Das fand ich ganz cool. Aber jetzt ist die große Neuigkeit. Und das hat man vorher festgestellt, ne? Triple H. Jetzt kommt's. Also Breaking News, ne? Also es ist ja schon ein paar Tage her, aber ihr hört's jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, ne? Denn King and Queen of the Ring, wer das gewinnt, bekommt jeweils Mann wie Frau ein World Championship Match beim SummerSlam in diesem Jahr. War früher auch schon mal so. Hat man da auch so gemacht. King of the Ring, Sieger, zack, SummerSlam. Und jetzt ist das wunderbar. Hätte man aber auch eher sagen können, ne? Dann hätte sich vielleicht so eine Natalya oder so ein Kofi Kingston, hätten sie wahrscheinlich mehr reingehängt, wenn sie das gewusst hätten, ne? Ja, jetzt so im Nachhinein finde ich das so ein bisschen so fetter in Wirtschaft. So, ja, das wird der Gutter gewinnen. Und dann, ja, dann machen wir das halt. Ja, so gerade Natalya hätte sich auf jeden Fall deutlich mehr angestrengt, muss ich sagen. Ja, ich denke auch. Gerade Natalya hätte doch einiges mehr erreicht. Aber ist ja ein cooles Gimmick. So ein bisschen wieder Back to the Roots, ne? Auch wieder der Fokus mehr auf Wrestling. Finde ich auch geil. Also dieses King of the Ring und Queen of the Ring Tournament hat natürlich einen deutlich höheren Stellenwert als, sag ich mal, 2017 oder 2018, als es gemacht ist, als Baron Corbin dann auf einmal King of the Ring war. Auch die Krone sieht zehnmal wertvoller aus als dieses Plastikding, was auch Nick Xavier Woods getragen hat. Das will ich gar nicht zurückdenken. Aber WWE macht es echt gut. Also die haben jetzt, glaube ich, dann zwei entscheidende Dinge in ihrer laufenden Saison getroffen. Es gibt den Royal Rumble, wo du dir in Championship mit WrestleMania erarbeiten kannst. Und es wird wahrscheinlich jetzt dann auch traditionell regelmäßig das King of the Ring und Queen of the Ring Tournament geben, wo du dir eine Titelchance beim SummerSlam ergattern kannst. Also wir haben jetzt wirklich nochmal dargelegt, SummerSlam und WrestleMania sind einfach die größten Shows. Und es kommt ja noch viel dicker. Der SummerSlam wird 2026 zweitägig ausgerichtet wie WrestleMania. Also man zieht diesen Event genau wie WrestleMania auf. Es gibt zwei Nächte. Heftig, muss ich sagen, heftig. Also macht aber auch Sinn, weil die größte Party des Sommers, finde ich, kann auch zwei Nächte vertragen. Warum man es dann jetzt in einer geschlossenen Halle macht, weiß ich jetzt nicht so ganz. Es ist, glaube ich, eine geschlossene Halle. Ich meine, es ist eine geschlossene Halle, dieses Stadion. Gerade im Sommer dürftest du eigentlich mal Open Air machen. Das wäre dann eigentlich okay. Ja, ist noch ein bisschen hin, zwei Jahre. Aber es ist eine interessante Entscheidung auf alle Fälle. Bin ich gespannt, wie man dann die Storys weitermacht. Weil es ist immer, ich finde es immer noch relativ nah dran an WrestleMania. Also es ist ja nicht so, dass da ein halbes Jahr zwischen liegt, sondern nur vier Monate. Und ob man dann da die Storys schon nachfräsen kann. Für zwei Nächte. Aber bin ich gespannt. Das ist aber Zukunftsmusik. Jetzt sind wir jetzt mal beim SummerSlam. Ich finde das auch eine gute Idee. Also dieses King of the Ring und Queen of the Ring wurde deutlich besser dargestellt als die letzten Male. Und es ist wirklich was wert. Und auch die Finals freue ich mich drauf. Das hat man geschafft. Ist natürlich auch ein schöner, eleganter Weg, um Storytelling zu vermeiden. Also das ist ja jetzt noch, das haben wir jetzt Mai, Juni, drei Monate. Komm, irgendwann da hinten wird es ein World Title Match geben und da machen wir uns gar keine Gedanken mehr. King of the Ring und so. Wunderbar. Also das ist vielleicht der Nachteil. Aber was soll's? Die WWE macht ihre großen Announcements. Das ist gut. Und jetzt sind wir in der Show selber drin. Also ist ja diese Jeddah, kennt man ja schon. Dieses große Stadion und so. Also richtig gut. Stimmung war jetzt natürlich nicht ansatzweise so wie in Lyon. Muss man auch mal vergleichen. Nein. Aber man muss schon sagen, verhältnismäßig wie, oder einfach mal gucken, wie früher die Stimmung in Saudi-Arabien war bei den allerersten Events. Die Saudi-Fans, die machen schon auch gut Stimmung. Muss man auch einfach sagen. Also die sind auf jeden Fall eine würdige Crowd mittlerweile und hatten die Berechtigung, auch hier dann eine Smackdown zu bekommen. Auf alle Fälle. Und muss ich dazu sagen, die sind vielleicht nicht so laut, aber die sind mehr, naja, mehr Produkts näher. Also die finden einfach alles gut, was sie gut machen und alles schlecht, was sie böse machen und die chanten einfach das, was denen gerade in dem Moment einfällt. Das ist für uns vielleicht so ein bisschen naiv, dann so zu chanten. Aber das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und das fand ich ja in Frankreich ein bisschen zu over, dass man sich selber halt gefeiert hat oder Lieder gemacht hat, weil die dann mit dem Wrestling-Vatch ein bisschen kaputt gemacht haben. Und was man ja auch mal sagen muss, wahrscheinlich war das hier ja die, von der Stage und der Aufmachung her, eine der größten Smackdown jemals. Wann hatte Smackdown so eine riesige Stage mal und war in einem kleineren Stadion? Es ist ja schon, also wahrscheinlich, also ich weiß nicht, warum WWE nicht das mit die größte Smackdown aller Zeiten gebrandet hat. Machen die sonst doch auch immer so gerne. Ja, das stimmt schon. Vielleicht hat es mit dem Land zu tun, aber das ist in meinem Vermutung. Man hat auch Frankreich deutlich mehr gefeatured als Saudi-Arabien. Ja, das stimmt. Ja, aber die Smackdown, das war schon was Besonderes. Ich muss aber sagen, ich gucke das mittlerweile so viel. Wenn du immer wieder guckst und noch eine Stadion schauen, nochmal und wir gehen nochmal ins Ausland, irgendwann sage ich einfach, ja cool, das ist einfach eine Stage, ich bin es hier mittlerweile gewohnt. Sollte nicht so sein, aber es ist mir jetzt gar nicht so groß aufgefallen, dass die mega jetzt in der Halle waren, aber nun gut. So, jetzt muss man aber Rest darüber was sagen, Rest darüber was sagen, denn Lyra Valkyria von Raw, sie ist schon im Finale. Sie sitzt in der ersten Reihe. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt und wartet auf ihre Gegnerin. Sie hatte keine Raben dabei und keine Federn deswegen, aber sie wartet und möchte sich das angucken, denn wir haben das Smackdown-Finale. Bianca Belair gegen Naya Jax. Und man zeigt jetzt diese wirklich schöne Krone und ich weiß mittlerweile, dass diese Zackenkrone mit den wenigen Zacken von den Frauen ist. Ist natürlich wieder Jessica Kahl, hat keine Ellbogen dabei. Das ist ja jedes Jahr, ich freue mich immer auf die Ellbogen, dürfen sie nicht zeigen, ist halt so. Bianca Belair hat gelernt zu landen, das Knie hält. Zumindest in der Anfangsphase. Sie kann es wieder wunderbar. Naya Jax packt während des Matches eine Mini-Krone aus. Das war nicht irgendwie lustig und verstörend zugleich, aber ist so, setzt sie sich auf. Und dann aber Bianca Belair leider doch wieder blöd gelandet. Das Knie ist doch wieder kaputt. Das ist so ärgerlich. Jetzt muss sie humpeln und während sie humpelt, kann sie eine Naya Jax zur Powerbomb weiter hochheben. Zack, wunderbar. Eins, zwei, Samplemondeu oder was immer die da geschrien haben. Für den KOD reicht die Kraft von Bianca Belair aber nicht. Und jetzt kommt es, es ist ein cleaner Sieg. Clean as a whistle, sagt man immer, für Naya Jax mit dem Annihilator. Sie steht im Finale. Jetzt gegen Laira Valkyria und Bianca Belair. Sie ist weg vom Fenster. Raus! Und dann macht die Naya Jax auch noch ein Interview hinterher. Laira, hast du das gesehen? Und das ist nicht irgendeine, das ist Bianca Belair, die ich gerade geplättet habe. Ich werde Queen und dann werde ich beim SummerSlam auch Champion. Ich gehe durch dich hin. Durch. Naya Jax im Finale. Ja, fand ich eine dumme Frage, ob sie das gesehen hat. Die saß doch am Ring, die Lyra. Mensch, hast du das dann gesehen? Die ist extra dafür nach Saudi-Arabi geflogen. Klar, die hat das gesehen. Wollte ganz sagen, eine dumme Frage, also wirklich, naja, ganz ehrlich. Ich musste ja einfach meine Lanze brechen, wirklich für Naya Jax. Also, ich bin mittlerweile fast schon angetan von Naya Jax-Matches. Ich erkenne anständige Match-Stories in ihren Matches. Sie macht genau das, was sie machen soll. Sie spielt ihre Rolle wirklich gut aktuell. Sie verletzt keine Leute mehr. Das ist ja schon mal die halbe Miete, was sie früher mal gemacht hat. Also, ich möchte einfach mal Naya Jax hier loben. Diese achteinhalb Minuten, die wir hier bekommen haben, die waren komplett anständig. Das hatte eine Match-Story. Ich habe schon damit gerechnet, dass Naya das gewinnt. Also, man hat hier auch natürlich klassisch im Finale jetzt dann auch an der klassischen Heel-Face-Dynamik festgehalten. Lyra als Face hast du jetzt nicht für Naya als Heel entschieden. Und ich sage mal so, gegen eine Bianca einen Sieg einzufahren, das hat auch durchaus Impact für eine Naya Jax. Das baut sie auch auf jeden Fall auf. Definitiv. Also, Naya Jax hat sich schon weiterentwickelt auf alle Fälle. Also, es ist deutlich besser geworden und sie erfüllt ihre Rolle halt so, wie sie sie erfüllen sollte. Diese kleine Krone, okay, hat noch ein bisschen Heel gezogen. Ja, ich habe auch mit Naya Jax gerechnet. Also, du musst immer böse gegen Guthaben, das ist normal. Und das Match leider bei Kyra gegen Bianca Belair ist vielleicht sogar zu klein jetzt nicht mehr, weil ich jetzt ja weiß, dass dieses Turnier deutlich mehr ist, als ich am Anfang vermutet hätte. Aber es kann man auf alle Fälle früher oder später immer noch machen. Ich finde es aber ein bisschen schwierig jetzt, dass man Bianca Belair so in der Form jetzt verlieren lässt. Also, sie reiht sich ja natürlich ein in große Namen, die auch gegen Naya Jax verloren haben, okay. Vorher mit Jade Cargill, das war ja eine Lachnummer, wo Jade Cargill sich dann da disqualifizieren hat lassen, einfach so. Das hat Bianca Belair nicht, sie hat ja gekämpft und man hat das Knie so ein bisschen genutzt, dass sie auch was angeschlagen ist. Aber ich finde es halt auch schwierig für diese Dynamik mit Jade Cargill und Bianca Belair, weil die beiden ja jetzt dann doch nicht so die Top-Fahren sind. Also, normalerweise sollte das doch down the road dann das Mega-Match werden, Bianca Belair gegen Jade Cargill. Und jetzt haben die beide schon gegen Naya Jax verloren und beide, also Jade Cargill war blöd und Bianca Belair hat relativ clean verloren. Ich fand es in der Form ein bisschen merkwürdig, aber da ist auch ein Schocker dabei und ich freue mich, dass es im Turnier zumindest so war. Ich habe mich so gefreut, dass man diese Turnierdynamiken dann so ausfinden kann und diesen Baum durchgehen kann, wer gegen wen. Und dann hat man tatsächlich mit uns gespielt und gedacht, wir kriegen Jade Cargill gegen Bianca Belair und jetzt ist keiner von denen im Finale. Ist auch ganz lustig, aber für Lyra Warcuda gegen Naya Jax wäre das natürlich auch toll, hast du da schon eine Idee, wer das gewinnen könnte? Also, ich hoffe, dass es Lyra wird, weil ich glaube, ihr würdet das richtig helfen. Denn Naya Jax braucht meiner Meinung nach keinen Sieg als Queen of the Ring. Klar, man kann sagen, vielleicht ist es auch eher so ein Heel-Gimmick. Sowohl King of the Ring als auch Queen of the Ring passt wahrscheinlich zu einem Heel besser als zu einem Face. Also, Korbin hat es damals ja komplett ausgeschlachtet. Also, er hieß ja acht Jahre lang King Korbin einfach als sein Gimmick komplett dadurch umbenannt. Aber würde dann dabei auch helfen, als Einstieg jetzt ins Main Roster dann direkt ein Queen of the Ring-Turnier zu gewinnen. Die ist eine richtig starke Wrestlerin. Queen of the Ring ist einfach ein Wrestling-Turnier. Bau sie damit auf. Gib ihr von mir aus direkt schon am Anfang jetzt das ganz große Match beim SummerSlam. Ist es zu früh? Weiß ich nicht. Kannst du ja vielleicht gleich nochmal kurz was zu sagen. Aber will ich Naya Jax in einem Main-Title-Match beim SummerSlam wiedersehen? Eher weniger. Ja, ich kann ja ein bisschen drauf eingehen. Wir haben natürlich unsere Preview schon gemacht. Da haben wir es detaillierter gemacht. Aber da wussten wir natürlich noch nicht, wer gewinnt. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen was dazu spekulieren. Also, wenn Lyra Vakura gewinnt, absolut verdient. Kann sie machen. Und dann SummerSlam gegen Becky Lynch, das Rematch und so. Story ist da. Geht. Ja. Finde ich aber tatsächlich ein bisschen früher. Also Lyra Vakura muss man jetzt noch nicht durch den Moontop pushen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Was könnte passieren? Becky Lynch hat ja ihr Titel-Match. Vielleicht möchte Lyra Vakura ihr helfen, weil die Liffenbogen zu extrem wird. Oder was auch immer. Und dann ist die auch angeschlagen. Kann man das zumindest ein bisschen erklären. Andererseits muss sie auch nicht. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass Naya Jax einfach klar und deutlich gegen Lyra Vakura auch noch gewinnt. Dann ist sie halt auch dieses Match mit Io Sky hat sie mega overgebracht. Ihr schadet das nicht. Und Naya Jax mit einer Krone möchte ich tatsächlich sehen. Da würde es passen. Sie kann jedes Mal angeben. Ich bin noch die Königin. Sie hat schon ihre kleine Krone. Sie wird Heat ohne Ende damit ziehen. Und das führt dann down the road zu einem Match gegen Bayley. Und auch das hat schon Geschichte gehabt. Also da habe ich auch gar kein Problem damit. Also ich sehe Naya Jax tatsächlich als Favoritin und wird das aus dem Tipp und bestimmt spielen. Ja, schauen wir mal. Wir schauen das mal. Wir schauen weiter in dieser Show. Jetzt ist Grayson Waller gleich dran mit Austin Sewell. Die freuen sich vor der Werbung. Geh noch mal hin. Die ist jetzt Eis auf dem Knie. Bianca Waller. Dieses Knie wird vereist und so. Ist ja auch schwierig. Ist ja bestimmt ziemlich warm da drüben. Tiffany Stratten kommt vorbei. Die ist extra dafür angeflogen. Viel Glück nächstes Mal. Das fand ich sehr lustig. Und kriegt den größten Pop der gesamten Ausgabe für diese zwei Sekunden, wo sie im Bild war. Den größten Pop überhaupt. Geil. Die wird geliebt. Die wird geliebt. Heftig. Ja, aber sie ist halt da und das ist gut. Und jetzt kommt Byron Sexton investigativ und fragt zu Bianca, was ist jetzt los bei dir? Und sie wollte echt Königin werden. Sie hat das echt vorgehabt, aber ging halt nicht. Wenn das Knie nicht geht, dann geht das Knie halt nicht. Und wer kommt jetzt rein zu allem Überfluss? Candice LeRae und Indy Hartwell sind auch auf Verdacht mal rüber geflogen. Kennt den die? Die machen sich drüber lustig, wie schlecht du bist. Und jetzt kommt eine vorbei. Die muss das jetzt schlichten. Jade Cargill. Definitiv. Das ist wichtig. Ist dir das aufgefallen? Also die Damen müssen sich ja mehr verhüllen da. Das kennen wir ja mittlerweile. Jade Cargill auch. Komplett verhüllt. Aber man kann das Sixthack da durchsehen. Durch den Anzug. Ich fand das so krass. Sind das schon weibliche Reize oder ist das einfach nur geil? Ich fand das so toll. Auf alle Fälle fühlt das jetzt. Ja, es fühlt jetzt auf alle Fälle. Und das ist jetzt, merkt euch das bitte. Wir werden ein Kick-Off-Show-Match sehen. Nein, Countdown-Show-Match. Die heißen jetzt Countdown-Shows. Kennt den die? Gegen Jade Cargill und Bianca Villera. Obwohl das Knie kaputt ist von Bianca Villera. Also einen Tag später ist das wieder in Ordnung. Und das ist ein Titel-Match. So, Per, jetzt hast du vielleicht nicht aufgepasst. Aber ich habe aufgepasst. Meines Wissens, Zoe Stark und Shayna Bessler haben gerade eben am ersten Mal ein Contenders-Match gewonnen. Das ist jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber Ken Dindy, das sind unsere Frauen für die Countdown-Show, dass wir toll werden. Da kann man sich das ja schon mal angucken. Ich fand es ein bisschen blöd. Ja, es ist mal wieder ein klassischer WWE-Move. Da haben wir vergessen, dass wir dann nochmal ein Contenders-Match verteilt haben. Und andere erringen sportlich natürlich ihre Opportunity und andere fragen einfach und sagen, ich will jetzt, okay, dann bekommst du halt. Ja, aber die anderen sind nicht auf Verdacht drüber geflogen. Stell der Bessler, wo war die? In Amerika? Ja, selbst schuld, würde ich sagen. Muss da sein. Sorry, nachdem, was ich da bei NXT gesehen habe, hat sie auch verdient. Ja, stimmt. Da ist jetzt Underground. Underground bei Battleground wird es das geben. Hört ihr doch diese NXT-Review nochmal an. Denn sie ist wirklich richtig, richtig gut. Was war da noch gewesen? War auch lustig, ne? Ich weiß es nicht mehr. Fährt doch was. Zu viel Wrestling. Ja. Nee, Gellos war da. Nein, wollt ihr nicht gucken. Jetzt kommt ein Waller-Effekt. Und das ist wieder NXT-Style, ne? Da haben wir uns Jahre, Monate drüber gefreut. Ich habe mich gefreut. Grayson-Waller-Effekt. Kurzer QR-Code. Hast du den angeguckt? Nee, hast du? Ich auch nicht. Nein, ich auch nicht. Das ist bestimmt irgendwas lustiges. Und jetzt kommen die Tweets. Es sind die Tweets, sind wieder da. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Grayson-Waller-Effekt ist nur gut durch die Tweets. Ich appreciate das mal ein bisschen mehr, Marcel. Die Tweets sind wieder da. Wie geil ist denn das, bitte? Die Tweets sind wieder da. Ja, die Tweets sind wieder da. Ey, wie haben wir es denn geliebt damals bei NXT? Also, bei NXT muss ich sagen, war die Qualität der Tweets noch deutlich höher. Da waren echt viele lustige Dinge dabei. Jetzt haben wir hier nur relativ kurze Einwendungen bekommen, Als dann, ja, erzählst du gleich. Aber, die waren jetzt, bin ich ehrlich, waren jetzt nicht so witzig. Ich habe auch überlegt, ob ich sie wirklich vorlese. Aber wenn die Tweets wieder da sind, muss ich sie vorlesen. Ja, also bei NXT war tatsächlich so. Da wurden ganze Storys gemacht. Da war der eine Typ, der ständig Pizza gefragt hat und so. Der Grayson Guy, natürlich 14, der ist auch jetzt wieder als erstes da, war immer dabei. Das ist die treue Seele. Das war noch lustig. Aber das kommt, das kommt jetzt. Erstmal hier, Grayson Guy 14, dieser Waller-Effekt ist lang überfällig. Dann haben wir den Franchise bei, nicht Boy, C6, ich bin glücklich, Eilthorn, da war einer bei Spectre anzusehen. Rico Mode, 23, das ist bestimmt Ricochet. Unser Speed Champion, der nichts geschissen kriegt. Alles über Grayson Waller. Steht da. So, Swisher, 9901, ich habe darauf gewartet, den Waller-Effekt zurück auf meinem Bildschirm zu sehen. Dann haben wir Partytime, Sweaty, 128412. Wer ist der nächste glückliche Superstar, der die Waller-Verreibung bekommt? Und zum Schluss noch Hardwork, HW, 56, Grayson verdient allen Erfolg, den er hat. Okay, war jetzt nicht so überzeugend, das stimmt schon. Aber ich finde es toll, die Tweets sind zurück. Was passiert bei diesem Waller-Effekt? Selbstbeweihräucherung. Die haben gar kein Programm. Die haben gesagt, wir fliegen da einfach mal rüber und erzählen irgendwas. Und jetzt kommt's, das sind ja die Heels, das sind ja die Böse. Und wer jetzt unterbricht, ist ein Böser, das ist der hier. Camelo Haes, der sagt, ja, ich möchte mich auch ein bisschen selbst beiräuchern. Wunderbar. Was mir aufgefallen ist, ne, Per, hier, guck mal hier, kennst du das? Das ist kreisrunde Haarausfall, ne? Ja, ja, ja. Das geht bei mir jetzt schon seit Jahren los. Also das wird auch auf dich zukommen, wenn deine Perücke erstmal da zu wenig. Nö, nö, also ich habe relativ guten Haaransatz und auch relativ voluminöses Haar. Das dauert noch lange. Ja, noch, noch. Ach, ja, du bist ja jetzt erst 18. Also das kommt noch vor dich drauf. Ach so, ja. So, das war früher. Aber das war früher. Ne, bei dir kommt das ja gar nicht. Das wollte ich ja gerade sagen. Das war früher so. Das ist so der klassische Haarausfall. Das ist so, wie man das halt gemacht hat. Und bei der jungen Generation ist das so, da geht das auch schon früher los, da ist das so ein Seitenhaarausfall. Muss man doch mal. Guck dir das Segment an. Alle drei haben unten die Haare weg. Das ist so. Ach so. Ja. Das nennt man Undercut, Marcel. Ja, Haarausfall. Das ist Seitenhaarausfall einfach. Dann hast du die Haare oben, aber an der Seite nicht. Ich weiß nicht, was Schöner ist. Schreibt schon in die Kommentare, was ihr ästhetischer findet. Aber das ist mir aufgefallen. So, und jetzt kommt nämlich, weil die alle, die sagen jetzt so böses Zeug. So, ja, ja, wir sind böse, böse, böse. Und dann kommt einer, der muss retten. Das ist wichtig. L.A. Knight. Yeah. Er rettet. Der kommt. Und der kommt nicht einfach nur so. Der wirft die Palmen raus. Ich hab mir gedacht, jetzt haben die extra Palmen nach Saudi-Arabien gebracht. Die waren ganz schön teuer. Und jetzt attackiert der Camillo Hayes den L.A. Knight. Der wehrt sich so ein bisschen. Aber dann hast du auf einmal drei gegen eins. Da hab ich gedacht, verdammt. Drei gegen eins ist unfair. Was macht man jetzt? Jetzt muss ja irgendwas passieren. Dann dachte ich jetzt so, ja, jetzt kommt aber bestimmt gleich wer raus und rettet den. Und jetzt kommt wer raus und rettet den. Und jetzt kommt aber die Überraschung. Es ist nicht DIY. Hast du das mitgekriegt? DIY, Number One Contender. Die haben auch bald irgendwann ein großes Titelmatch für den Tag Team Title, ne? Die kommen jetzt nicht. Die kommen nicht. Das ist die Überraschung. Wer rauskommt, sind die Street Profits, weil die waren vor Ort. Die Street Profits retten das jetzt wunderbar. Ärgert mich doppelt. Zum einen, weil ich meine Theorie nicht, ne, hab. Zum anderen, so Grüße an den Lauftoll, der hat das aufgedeckt. Wargames. Wargames NXT. Damals, auf der einen Seite, Ron Raker, da war Tony DiAngelo noch mit dabei. So, und da waren Grayson Woller und Camillo Hayes auch mit drin in dem Team. Und die haben gekämpft gegen DIY, L.A. Knight und Pete Dunne. Das ist quasi ein Wargames-Match, was man aufbaut, aber man nimmt es uns weg, weil ja die Street Profits rauskommen. Hast du bestimmt auch gemerkt, oder? Ey, ja, ja, klar. Also, das war mir definitiv bewusst. Also, ich hab nicht gemerkt, dass es einfach nur eine Hausschau-Ansetzung war, die man ja gerade gemacht hat. Achso, nee. Ja, ich hab's ja geahnt, aber wie gesagt, Überraschung, ne? Kommt gleich. Erstmal nochmal Blair Davenport, ein Spieler. Achso, ich darf gar nichts zu dem Segment sagen, oder? Du hattest deine Chance, du hast wieder abgegeben an mich. Ach, Mist. Ja, dann sag was. Sag was. Kannst doch noch ein Street verfassen, wenn du willst. Oh, das hätte ich machen sollen. Das wäre geil gewesen. Ich glaube, ich nehme mich. Ja, Grayson Guy 15 bist du dann. Per Guy, Peter Guy 16, oder so. Das war ja witzig. Ja, gut, Segment hat eigentlich wirklich auch keinen Inhalt gehabt. Das war einfach nur drei Männer, die im Ring stehen und sagen, oh, du siehst geil aus. Nein, du siehst geil aus. Ich bin geil. Nein, 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 du bist geil. Also, das war wirklich halt nur Selbstbeweihräucherung. Wir haben kurz ein bisschen Name-Dropping gemacht. Baron Corbin wurde erwähnt. Ich so, hol den Corbin raus. Wir lieben Corbin nämlich mittlerweile. Machen sie nicht. Bald wieder Bobby Lashley und Corbin im Tag. Den weißt noch, damals waren die Heels zusammen, ne? Ja, mit Drew McIntyre. Diesem ganz, ganz wilden Sable gegen Shield und so. Stell dir mal vor. Nee, kommt keiner raus. Weder, weder Bobby Bum Bum Bobby Lashley, weder Bum King Bum Corbin. Sie müssen natürlich die aktuell sehr langweiligen Street Profits machen, die auch erwähnt wurden von Grayson Waller und Austin Theory. Ja, und dann gibt es natürlich das klassische House-Show-Match, das wir dann doch noch bekommen. Also, man muss schon sagen, diese Ausgabe war deutlich besser als das, was wir in Frankreich bekommen haben. Also, hier war wirklich auch mal Inhalt drin. Aber das war halt dann, ja gut, Elena, jetzt kommt raus, man will halt den Pop mitnehmen. Fertig. Gut. Match. Ja. Ja, wer will nicht schnell den Pop mitnehmen? Blai Davenport vielleicht. Die macht jetzt einen Einspieler. Ihr alle seid schwach und faul. Ihr seid nicht gut genug, heult nicht rum. Damit meint sie vermutlich alle anderen Frauen oder nur die Menschheit oder uns. Ich weiß es nicht. Es ist schön, Blai Davenport ist jetzt bei SmackDown. Ja, fand ich gar nicht mal so gut, diese Vignette oder diesen kurzen Einspieler. Also, die Musik war so dramatisch, nicht dramatisch, aber war so auf Spannung ein bisschen angesetzt und sie delivert halt, als ob sie gerade vom Teleprompter abliest. Und ich mach dich jetzt fährt. Also, da hab ich schon mal in der Vergangenheit bei NXT, wir haben ja oft über sie gesprochen, hab ich schon mal bessere Promos von der guten Dame gehört. Die kann's ja eigentlich, aber das hat dir nicht wirklich geholfen, diese Einspieler. Nee, sie sah auch ein bisschen anders aus, ja. Stimmt, die sah verheult aus, fand ich ein bisschen, ne? Die hatte hier so ein bisschen rote Zierungen so an den Augen. Ich dachte, hat die gerade geheult oder so? Hat die jemand vermöbelt? Ruti vermöbelt? Vielleicht hat sie da immer mal geguckt. Ja, ich weiß es doch auch nicht. So, und jetzt ist das so, jetzt war eine Werbung dazwischen und ich finde das ganz gut, weil man hält quasi den Faden aufrecht. Also, Nick Aldis macht das jetzt nicht sofort. Ich weiß, Toni Kahn, zack, da ist ja der Tweet schon raus, da haben sie sich noch gar nicht getroffen im Ring. Nick Aldis nimmt sich die Zeit. Drei Minuten plus Blair Devenport einen Spieler und jetzt hat er entschieden. Und seine Entscheidung ist weise, denn wir kommen jetzt an ein Six-Man-Tag-Team-Match. Wir müssen ja diese Diskrepanzen und diese Spannung noch klären, ne? Alan Knight und die Street Profits gegen A-Town Down Under mit Camelo Hayes. B-Fab ist auch mit am Start. Aus sie ist rüber geflogen. Montes Freud gewinnt per Flash. Das finde ich sehr, also nennenswert, so einfach so als Fazit dieses Matches. Und dann sieht man, wie in Riyad, ich mache eine Schalte nach Riyad, da gehen die voll drauf ab und sagen, yeah! Boah, richtig gut. Und in dem allen Überfluss, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, während dieser, da war eine Frau, ich habe einen weiblichen Ellbogen gesehen. Sie hat sich so sehr gefreut, dass der Ellbogen rausgerutscht ist. Das fand ich ganz nennenswert. Ansonsten, analysier doch mal das Match für mich. Hast du ein Hörnchen bekommen dabei? Nee, nein, Pär. Ja, sowas sagt man nicht. Kind. Ich will auch dieses Match gar nicht analysieren, weil es war einfach, wie gesagt, klassisches House-Show. Also es war nicht schlecht, es war okay, aber war ein gutes Match. Aber was baue ich mir jetzt daraus? Also gibt es da jetzt daraus die krasse Fee des Street Profits gegen Grayson Waller und Austin Theory? Wird jetzt L.A. Knight gegen Kamalo Hayes erst mal Fäden? Wahrscheinlich schon, aber irgendwie Bobby Lashley ist ja auch noch mit drin. Was ist das hier für ein Sound? Wird hier gerade gebohrt? Bei mir wird gebohrt. Also wo du gesagt hast, ob ich ein Hörnchen habe, wurde gebohrt. Also in dem Augenblick ging es los. Das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Ich sitze in meinem Weber-Kabuff, ja. Aber es wird schon werden. Ich möchte weiterreden in dieser Show. Tamar Tonga wärmt sich auf, hat ein Main Event heute und Paul Heming guckt ihm dabei zu. Das wird sich noch ausspielen später. Jetzt. Wir haben auch in diesem Anfangssegment, also in diesem Kick-Off-Show-Ding, jetzt hat man gesehen, wie der Logan Paul seinen Schlagring abgegeben hat an Michael Cole. Der hat das nämlich moderiert, dieses Gespräch. Er hat ja diesen Schlagring mehrfach benutzt, um böse Dinge zu tun. Deswegen hat er gesagt, hier ist mein Schlagring, nimm den ab. Wir sehen kurz, wie Cody Rhodes und Randy Orton sich Backstage treffen und Shakehands machen. Die mögen sich also wieder, immer noch oder vielleicht auch bald nicht mehr, weiß ich nicht. Und jetzt kommt das Segment der Nacht. Wir sind in der Mitte der Show, also richtig, richtig groß jetzt. Wir müssen jetzt den Quatsch-Modus anmachen, weil das war Quatsch. Das Problem ist, dass sie das komplett ernst genommen haben, das Ganze. Also eigentlich, wenn die das mit ein bisschen Humor gemacht hätten und Selbstironie, dann wäre es das mega lustigste Event gewesen. So ist es einfach unfreiwillig komisch. Cody Rhodes ist jetzt im Ring. Cody Rhodes, ich dachte, erzählt er uns jetzt von Dusty oder vom Skorpion oder was auch immer. Ist ja so seine Art. Nein, er möchte was sagen und aber vor dem allerersten Wort kommt Logan Paul raus mit merkwürdigen Stiefeln und Hosen. Ich höre dich nicht. Sorry, da wollte ich gerade sagen, gibt erstmal einen Pluspunkt. Nicht über Dusty erzählen, gibt einen Pluspunkt automatisch schon mal. Er war nah dran. Also es hätte passieren können. Ist nicht. Ich hoffe, das Braun hört irgendwann auf, wenn man mich nicht hört. Das ist ärgerlich jetzt für uns alle. Alles okay. Auf alle Fälle kommt jetzt Logan Paul und gibt so ein bisschen an, wie toll er ist. Und dann sagt der Cody Rhodes, du hast doch Angst. Du hast doch Angst. Du bist richtig gut, aber du gibst auch viel anderem mit. Und wie ich dich kenne, wird das nicht ernst und fair von dir. Du willst mich wieder verarschen. Du hast doch ganz bestimmt alternative Schlagringe an deinem Körper. Ho, 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 ho. Und der Logan Paul, nein, habe ich nicht. Nein, ich habe nur einen Schlagkrieg. Wie soll ich den denn hier über durch den Zoll kriegen und so? Ja, und jetzt steht da zufällig so ein Ref. Sein Name ist Ryan Tran. Ja, er steht da. Und jetzt sagt der Cody Rhodes, da machen wir das doch offiziell. Wir machen jetzt eine offizielle Durchsuchung hier bei uns in Saudi-Arabien. Das wird lustig. Und dieser Ryan Tran geht jetzt hin und dann sagt der Logan Paul, nein, 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 nein. Champion Privilege, er ist bei dir. Er ist bei dir. Der Champ muss zuerst. Und dann tastet der jetzt den Cody Rhodes ab. Bisschen unsittlich, aber auch ein bisschen sexuell erregend. Also das war durchaus schön. Und Ryan Tran findet nichts. Und dann geht er zum Logan Paul. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass der Logan Paul, wie der Randy Orton, Randy Orton hat die Dinge ja immer in der Hose gehabt, ne? Bei der Schlange da unten, ne? Hat sich nicht mehr Mühe gegeben. Der hat sich nicht mehr Mühe gegeben, denn der Logan Paul hat die Alpha in der Hosentasche. Und der Ryan Tran, unser Offizieller, findet jetzt den Schlagkrieg in der Hosentasche. Oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt sagt dann der Logan Paul, und ab jetzt wird es wirklich lustig, weil Logan Paul macht das richtig gut. Er sagt, okay, ab jetzt bin ich dann ehrlich. Und morgen schlage ich dich dann halt clean, ne? Und Cody Rhodes hat das nicht mitgekriegt, dass dieses Segment lustig gemeint war und sagt, jetzt, also, dieser Gürtel ist mein Ein und Alles. Und ich hab ja eine Familie, und der war so kurz von Dusty, wirklich ganz, ganz kurz von Dusty. Und dann ist es vorbei. Du bist kein YouTuber, du bist ein Pro-Wrestler, aber du musst hier komplett Herz und Seele reinbringen, sonst wirst du nie auf meinem Level sein, kid. Und dann war das Segment zum Ende. Es war unfreiwillig komisch, aber es war immerhin komisch. Oder wie hast du es gefunden? Also, es hat natürlich irgendwie nicht eins zum anderen gepasst. Also, erst war der Inhalt, Logan, bist ein Lügner. Logan so, ich bin kein Lügner. Okay, ich bin ein Lügner, aber jetzt bin ich kein Lügner mehr. Also, das war eigentlich der gesamte Inhalt dieses Segmentes. Unfreiwillig komisch so auch. Man hätte das dann auf diese Schiene weitermachen können, aber dann driftet Cody komplett in die ernste Schiene und delivered eine à la Roman Reigns-Storyline emotionale, ernste Promo- und Ansage gegen Logan Paul. Du bist kein YouTuber, du bist zwar ein Pro-Wrestler, aber solange du das hier Part-Time machst, wirst du niemals auf mein Level kommen und mich besiegen können. Was ja inhaltlich eigentlich mal echt eine geile Aussage von dem Cody Rhodes ist. Wenn du dieses ganze Segment auf diesem ... Ja? Das hätte er theoretisch auch Roman Reigns sagen können. Da hat er das vergessen gehabt, den Satz. Da ist es ihm leider nicht eingefallen. Schade aber auch. Da musste er noch so ein bisschen über seinen Vater reden. Nee, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt dieses Promo-Segment auf diesem Level von dieser Ernsthaftigkeit, was Cody am Ende noch reingebracht hat, gehalten hätten, dann hätte es ja ein richtig geiler, emotionaler Schlagabtausch werden können. Aber Logan Paul ist aktuell noch nicht dafür da, um hier emotionale Promos zu halten. Der ist ja so ein bisschen auch ... schon ein bisschen auf Witz ausgelegt. Der ist ja auch zu einem ganz, ganz kleinen Grad ein Comedy-Charakter. Der ist halt Entertainer, der ist YouTuber. Das wird er wahrscheinlich auch noch in seiner Karriere lernen, dass er mal eine richtig emotionale Promo hält. Aber das passt halt irgendwie nicht eins zum anderen. Er ist so ein bisschen auf Witz. Ich bin kein Lügner. Ja, okay, ich bin doch ein Lügner. Aber ab jetzt nicht mehr. Und dann Cody, du hast dir das hier nicht verdient. Emotional. Also das ist wirklich recht so kurz vor Dusty gewesen. Irgendwie eine ganz komische Dynamik. Es war eine ganz komische Dynamik, aber es hatte mal wenigstens ein bisschen Inhalt, sage ich mal. Das kann man ja mal herausheben. Ja, das war kein Inhalt. Ja, aber es war besser als alles, was Cody mit AJ Styles gemacht hat und was Cody bisher mit Logan Paul gemacht hat. Das muss man schon sagen. Auf einem niedrigen Niveau. Man hätte ja auch Logan Paul die Hose runterziehen können. Also der Ryan Train hätte auch ein bisschen aufmerksam. Vielleicht war ja noch ein Dritter irgendwo versteckt. Den hat er dann nicht gefunden. Warum hat Logan Paul überhaupt seinen Schlagkrieg jetzt da? Und was spielt das für eine Rolle? Also das ist ja, das Match ist ja erst morgen. Also heute so. Das ist ja dann egal. Er hat ja auch gesagt, ich muss mich ja selbst verteidigen. Das ist eine kriminelle Stadt hier in Jeddah. Vor allem mit der Hose kommt der Morgen ja gar nicht raus. Also heute. Ja, mit der Hose ist man früher aber auch mal durch Ostdeutschland. Also das ist aber auch eine andere Geschichte. Du hast ja eine Cargo-Hose? Ja, ich weiß es nicht. Da hast du die Stiefel und so. Also es hat mich schon erinnert, aber das war wahrscheinlich nicht gewollt. Das ist aber was anderes. Nein, also es war lustig und lustig finde ich immer gut und Quatsch finde ich gut. Diese Match hat überhaupt nichts geholfen. Aber das ist halt, es erinnert sich auch nichts. Es wird ja auch nicht besser dadurch. Es wird ja Resslerisch trotzdem krass wahrscheinlich. Ja. Zwischen den beiden. Mehr erwarten wir doch auch nicht. Cody hätte es halt auch ein bisschen lustiger nehmen können und ein paar Späße machen können. Dann wäre es ja nicht ganz so feinlich gewesen und dieser blöde Schlagring. Kann Cody ja eigentlich auch. Hat der jetzt den dabei? Ist das jetzt die große Wende, dass der doch einen Schlagring hat in dem Match? Ich glaube, am Ende hat der Michael Cole so acht Schlagringe auf seinem Tisch liegen, weil die alle gefunden werden und der Michael Cole muss sie ja alle behalten und darauf aufpassen. Der Michael Cole hat so acht Schlagringe auf seinem Tisch. Da kommt der ja nicht mehr nach Hause, ne? Nee. Nee, ich habe eine neue Idee. Er wird verhaftet direkt, wenn er da rauslässt. John Cena? John Cena damals. Ich glaube, WrestleMania 25 oder so. Da waren doch immer die tausend John Cenas da auf der Bühne, ne? Mhm. Jetzt stell dir mal vor, Logan Paul macht seine ganze Entourage und jeder hat so einen Schlagring und macht dann so die ganze Zeit. Einfach nur so für den Witz. Das ist ja gut. Oder während des Matches kommen dann so fünf einfach. Ich habe nicht einen, ich habe fünf und dann kommen so fünf Entourage und dann zieht er dich so drüber. Der hat ja auch schon drei Superbowl-Ringe gehabt. Vielleicht macht er ja so fünf Schlagringe auf einmal und dann Cody ruts einmal richtig in die Dusty. Du brauchst ja auch keinen Schlagring. Hol dir einfach fünf Ringe und fertig. Oder vier Ringe. Ja. Geht auch, geht auch. Den Daumen schlägst du ja nicht. Nee, das wird spannend werden. Also das war unser Schlagring-Segment des Tages. Randy Orton macht jetzt ein Interview. Er sagt uns, ich bin Randy Orton, ich werde König. Die Bloodline, um die geht es heute auch noch so ein bisschen. Die haben zwar mehr Leute, aber ich kriege das hin. Uiuiui, da schrillen noch meine Arme lahmen Glocken. Wenn er jetzt schon sagt, dass da Überzahl im Spiel ist, bin ich mal gespannt, wie das ausgehen könnte. Jetzt haben wir noch so ein Zwischensegment. Übrigens, mein Match aus the Night kommt jetzt, aber das ist auch unwichtig. Michin ist da. Ich glaube, sie ist das. Sie wünscht Bayley jetzt einen guten Tag. Sie ist auch rübergeflogen, um das zu machen. Und dann steht auf einmal Nia Jax vor Bayley. Ich wünschte auch einen guten Tag, Marcel, übrigens. Ja, ich stehe auch. Habe ich am Anfang schon gemacht. Nee. Hast du eigentlich gesagt, welcher Tag heute ist bis jetzt? Nein, das möchte ich am Ende machen. Da habe ich mir was vorbereitet, Per. Ja, gut. Du machst mir alles kaputt heute wieder. Ja, verständlich auch. Wir dürfen auch keine Witze machen. Wir sind nicht bei NXT. Scheiße. Nia Jax bedroht jetzt Bayley, Champion. Und wir haben ja gelernt, wenn Nia Jax gewinnt, dann ist Summerslam ein Match. Und jetzt kommt Chelsea Green Match. Das hat einen Aufbau letzte Woche. Die hat doch so blöd geguckt. Und Piper Niven hat provoziert und so. Es läuft ja in meinem Szenario auf Piper Niven gegen Bayley in Schottland hinaus. Das ist mein Szenario. Jetzt erst mal Bayley gegen Chelsea Green. Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben. Weil das Match jetzt auch noch gar nicht stattfindet, sehe ich gerade. Ich überspringe das, was jetzt gleich passiert und gehe zum Ende dieses Matches. Es ist ein Contenders-Match, glaube ich. Also es ist kein World-Title-Match. Nee, ich glaube, es war einfach ein Non-Title-Singles-Match, glaube ich. Non-Title-Dingens, ne? So, nein. Und ich wollte sagen, das Match selber, das ist mein Match of the Night tatsächlich, weil das wirklich gut war. Chelsea Green durfte auch endlich mal wieder wrestlerisch zeigen. Ja, das war wirklich gut. War jetzt nicht der Mega-Heil. Das andere war nicht so gut. Ja, also eine Bianca Belair wiederum. Sagen wir so, für die zwei Minuten, dieses Match ging zwei Minuten, Marcel. Wollte ich kurz sagen. Das hätte auch bei WWE Speed laufen können. Ja, und dann hätten alle gesagt, ja, du kriegst es gut. Für die zwei Minuten, gebe ich dir recht, war das durchaus wirklich gut. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht so viele Chelsea-Green-Matches in der Vergangenheit verfolgt. Macht die regelmäßig den Rough Rider? Äh, weiß ich nicht. Die hat den Rough Rider gemacht. Aber ist ja Zack Ryder's Finisher, also von ihrem Mann natürlich. Ja, nee, das fand ich ganz interessant. Also Match war gut, die zwei Minuten, die es werte, weil ich möchte nicht wieder standardmäßig sagen, ja, weil Bianca Belair oder so. Also so toll war das Match am Ende auch nicht und Randy Orton am Ende ist halt Randy Orton. Wobei, ojojo, ich nehme mir was vorweg. Randy Orton macht Dinge heute, ihr ahnt es nicht, ne? Das ist die Show der Teaser, ne? Auf alle Fälle, Match war gut so und Bayley gewinnt. Und das wollte ich jetzt noch sagen. Piper Niven attackiert jetzt Bayley, weil sie es kann. Das ist ja das, was jetzt aufgebaut wird. Und dann habe ich gedacht, wer könnte denn jetzt helfen? Jetzt stell dich mal vor, die Bianca Belair. Bianca Belair gegen Bayley. Boah. Ja, oder Naomi. Naomi hätte ja auch, die hat sich ja letztens noch gefreut über den Gini. Genau, am Abend haben sie sie. Ja, ist gut. Naomi wäre ihre Freundin, dachte ich. Also ich dachte eigentlich, die wären so bestens. Nee, vielleicht auch schon. Aber generell, warte mal ganz kurz. Generell zu Bayley, ziemlich kalt aktuell, oder? Was mit Bayley generell so abgeht? Findest du nicht? Ja, was heißt ein bisschen kalt? Ja, aber das ist ja völlig okay. Sie hatte einen megagroßen Moment gehabt bei WrestleMania. Das entschuldigt aber nicht alles. Vielleicht ist das genau richtig, dass man es eben nicht macht, dass wir noch einen weiteren Babyface-Champion haben, der nichts geschissen tritt, weil nichts kommt. So ein bisschen low, 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 low. Und dann SummerSlam, ein großes Match. Naja, Jax. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Und ich fand das Match auch nicht verkehrt. So. Und jetzt sage ich das, was eigentlich während der Entrance ist noch ein Match passiert. Ich habe das ja live geguckt. Deswegen habe ich das jetzt so aufgeschrieben. Ich hätte das am Ende noch redaktionell ein bisschen aufwerten können. Habe ich nicht gemacht. Denn jetzt feiern die Street Profits den größten Sieg ihrer Karriere überhaupt. Hat sie. Die sind ohne Grund nach Saudi-Arabien geflogen und haben trotzdem noch gewonnen. Also das wäre, wenn wir die besser hätten, das doch gar nicht laufen können für die. Und jetzt gratulieren DIY. Die sind also doch da. Die hätten auch retten können. Haben sie nicht gemacht. Sagen sie auch gar nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Sondern die sagen, wir wollen Tag Team Champions werden. Also das hat damit gar nichts zu tun. Weil das sind ja auch gar nicht die Tag Team Champions. Die Tag Team Champions, die waren ja vorher in dem Match egal. Und jetzt kommt der Skandal. Hast du Dune geguckt? Dune. Da ist Wasser heilig. Das ist ein Wüstenplanet. Und das ist ja, ich habe gedacht, das geht gar nicht. Jetzt kommt nämlich Tommaso Ciampa. Der nimmt sich das Smokewasser von Angelo Dawkins und verschüttet das auf dem Boden. In der Wüste, im Wüstenstadt. Dune. Das ist ein Skandal. Also für mich sind hier Ziels ab sofort. Gab es da schon eine Bildschlagzeile zu? Ich bin mir ganz sicher. Ja? Ne, da stand irgendwas, dass irgendein Fame-Typ vier Sekunden verloren hat. Das stand da. Okay. Ah, habe ich gesehen, da hat diese Laura von Temptation Island, hat doch dagegen auch so eine gekämpft. Ja, die ist... Du kennst das wieder, ne? Ne, ich kannte nur diese Laura. Ich habe mich gefreut, welche Island? Temptation. Versuchung. Love versus Temptation Island. Wer hat die geilsten Frauen? Ne, Fame-Typ ist auch gar nicht so wichtig. Guckt euch das an. Ich möchte jetzt über was Wichtiges reden. Fair, wir driften ab in eine NXT-Review. Das ist nicht richtig. Wir sind ja dann in der Smackdown-Review. Warte, warte. Wir müssen wieder... Okay, habe mich gefangen. Vergesst diesen Mittelteil. Wir müssen jetzt wirklich ernst reden, denn wir sind immer noch bei Smackdown und da erwarten die Leute auch mehr. Nick Aldis sitzt jetzt am Laptop. So, wunderbar. Jetzt kommt AJ Styles rein und AJ Styles möchte Dinge klären. Hör mal, Nick, da hast du doch gesehen, ne? Cody Rhodes und ich, Leon, wir haben doch die Hütte abgerissen, mein Freund. So viele gute Matches habe ich doch jetzt gehabt. Ich habe so viel getan. Gib mir doch bitte eine allerletzte Chance jetzt. Entweder gegen Cody Rhodes oder Logan Paul, wer immer das gewinnt. Ich brauche das. Bitte, bitte. Und AJ Styles ist wirklich sehr devot und sehr... Also, ich glaube, er ist auch wieder ein Babyface, wie er sich gibt. Und jetzt sagt er mal Nick Aldis, das ist ja böse, und sagt, hör mal persönlich, ich würde es dir so gönnen, ich würde es dir so geben, aber aus Business-Sicht kann ich das nicht machen. Ich würde es dir so geben. Deine Chance ist vorbei. Ja. Danke, Marcel. Und dann sagt er, du musst es dir verdienen und das dauert seine Zeit, AJ Styles, du kriegst das nicht. Wird AJ Styles jetzt doch wieder böse? Kann das sein? Das ist eine gute... Also, erstmal muss ich natürlich zustimmen, also, wie AJ Styles sich da gegeben hat. Das wirkte wie ein Babyface. Und vor allem war der Kontrast natürlich auch krass, weil AJ Styles halt die letzten Wochen und Monaten so rumläuft. Mein Körper ist auf Spannung und mein Mundwinkel ist unten und ich bin böse. So laufen AJ Styles rum. Jetzt zeigt er sich mal von der sentimentalen Seite. Finde ich aber, ganz ehrlich, was man hier gelegt hat, Storyline-mäßig, finde ich ganz interessant, wo er sagt, ich habe vielleicht nicht mehr viel Zeit. Also, man spielt mit einem möglichen Karriereende von AJ Styles. Ey, könnte eine geile Storyline werden. Ich habe eine Idee. Gib mir das. Alles gut. Finde ich geil. Ja, nee, ich habe eine bessere Idee. AJ Styles steht doch jetzt ganz alleine da, nachdem er sämtliche Freunde hinter sich gelassen hat. Er könnte ja jetzt wieder theoretisch die Good Brothers holen und sich Memichine versöhnen und dann könnte der den Club aufmachen und dann könnte er so ein bisschen Finn Balor und so Bullet Club-Geschichten erzählen und dann macht er das einfach wieder. Könntest du dir das vorstellen? Nee. Ja. Nee. Gut, dann nicht. So, jetzt apropos. Gleiche Story, gleiches Spielchen. Andrade, ne? Andrade, eben am Einspieler, der ist wieder mit Blutzugang und mit Familie zugange, was er immer sagt. Ich wurde dafür geboren. Schicksal. Ich weiß, wer ich bin und was ich will. Alle werden das sehen, wer Andrade, Elidolo ist. Ja, und jetzt ist da Angel, Berto und Ketra. Ich möchte einfach die ABC-Gang. Angel, Berto und nicht Elektra, sondern Ketra. Elektra hat der Kopftuch an. Vielleicht kann ich das durchs... Ja, 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 ja. Ein mexikanisches Kopftuch. Auf alle Fälle, die drei Bösen sprechen jetzt Andrade an und Andrade antwortet auch irgendwas und das ist mir egal. Das ist wieder Mexiko gegen Mexiko. Und Andrade hat irgendwie den Startschluss verpasst. War Andrade da? Hat Andrade denen da was gesagt? Er war nicht mal da. Vielleicht, weil er auch nicht da fläht, hat er was gesagt. Der hat ja nur dieses kurze Videosegment gehabt. Ich fand auch witzig, dass man Andrades Promo auch mit Untertiteln unterlegt. Aber muss man auch machen bei Andrade, bin ich ehrlich. Der hatte einen grammatikalischen Fehler drin. Der hat einmal Don't gesagt und da stand im Untertitel aber Doesn't drin. Also Doesn't wäre richtig gewesen, grammatikalisch, aber er hat Don't gesagt. War ein fataler Fehler, lieber Andrade. Ja, Inhalt dieses Segments war auch... Ich bin nicht nur einfach ein Luchador. Ich zeige euch, wer ich wirklich bin. Aber sagt uns eigentlich auch nicht, wer er wirklich ist. Vielleicht erzählt er uns das dann so die nächste Woche. Ach so. Ja. Nee, die haben den Startschluss verpasst. Andrade ist jetzt schon raus. Aber ich muss ihn zugutehalten, solange Andrade nicht CH und SCH verwechselt, ist doch alles in Ordnung. Wir haben jetzt ein Matchflow zum King of the Ring. Nochmal große Zusammenfassung. Und jetzt, wir nähern uns dem Main Event. Gewinnt ein Schritt des Tama Tonga wärmt sich jetzt weiterhin auf. Seit einer Stunde macht er das schon. Solo Sikua ist da. Paul Heyman ist da. Und jetzt sagt der Paul Heyman zum Solo, hör mal, du weißt schon, dass der Tonga Loa nicht über die Grenze durfte. Der ist heute gar nicht da. Das ist ein gefährlicher Typ, der wird international gejagt. Glaubst du will ich, dass das der Richtige für dich ist? Und dann sagt der Solo Sikua, ich suche mir meine Leute immer noch ganz alleine aus. Solange der Tribal Chief, solange Roman Reigns nicht da ist, werde ich hier weiter entscheiden. Und Tama Tonga sagt dann auch noch mal, gib mal Ruhe da, mein Freund. Da wird weiter dran gearbeitet. Und Tama Tonga gleich Match. Ich glaube, der Tonga Loa, der wollte mit seinem damaligen Camacho-Fahrrad so über die Grenze fahren. Da haben sie gesagt, nein, 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 das geht hier aber nicht. Geh mal wieder, der ist gefährlich. Ja, der heißt Tonga Loa. Tonga dürfen wir nicht sagen. Nein, darf man nicht sagen. Aber am Anfang war noch Tonga. Am Anfang war Tanga Loa, aber dann wurde er zu Tonga Loa. Dann hat die WWE gemerkt, das ist ganz schön teuer, wenn wir den Tonga nennen. Und deswegen nennen wir den jetzt Tonga. Das wären die Tonga Siks. Und dann heißt es irgendwann Tonga gegen Samoa. Wer geht zuerst? Nein, das ist auch wieder eine andere Sache. Rennen die Orten gegen Tonga Loa. Nee, Tama Tonga. Mann, jetzt komme ich auch schon dich herunter. Das ist doch möglich, immer diese Samoana. Tonga lesen. Das ist Tonga. Das ist eine andere Insel. Haben die auch noch nicht verstanden. Also, Randy Orten. Ja, großer Typ. Gegen Tonga Loa. Tama Tonga. Ich habe Orten W. Tanga aufgeschrieben. Das geht auch nicht so. Also, King of the Ring Halbfinale, beziehungsweise Smackdown-Finale. Je nachdem, wie ihr es seht. Jetzt ist so ein Ding. Ich hatte eine Theorie, das muss ich dir sagen. Ja. Denn die Krone, sie ist nicht mehr in diesem Glaskäfig. Also, die haben wohl gesagt, wenn wir irgendwo in Greensville sind oder so, da kommen bestimmt Leute und klauen die Krone. In Saudi-Arabien, da sind sie ein bisschen vertrauensvoller. Die Krone steht einfach so auf so einem Ständer drauf. Und da habe ich mir eine Idee gehabt. Wenn der Tama Tonga jetzt gewinnt, wenn der King of the Ring wird, dann hat der ja eine Krone. Weißt du noch, damals Xavier Woods, wir haben es schon mal angesprochen, es schließt sich der Kreis. Roman Reigns hat die Krone von Xavier Woods kaputt gemacht. Ist da draufgetreten, ne? Das fordert Schadensersatz. Ist so. Ich hätte mir wirklich vorgestellt, Tama Tonga gewinnt, Xavier Woods kommt, kreilt sich die Krone, weil es ist ja kein Glas mehr drüber und sagt sie, hier, Naturalrestitution, hier, du bist ja regresspflichtig, ne? Das sind, das ist ja, die Blattline ist ja eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Da ist ja mit Schuld, also es ist ja Gesamtschuldnerschaft bei denen. Deswegen hat er sich gesagt, einer hat eine Krone, alle haben die Krone, ich nehme mir die und wir sind Quidrovern. Hätte ich gedacht, ist nicht passiert. Aber darf er auch nicht vergessen, dann den Kassenbon mitzunehmen, ne? Damit er belegen kann, dass er die noch... Nein, das ist ja alles in den WWE Archiven, Network und so, da ist das ja alles verzeichnet. Ich habe das noch ganz genau im Kopf. Passiert nicht. Also, was stattdessen passiert. Gunther sitzt da, also wo Lyra Vercule ja vor kurzem noch saß, die ist mittlerweile wieder abgedüst und Gunther guckt sich das an. Übrigens, ich liebe Gunthers verschmitztes Gunther-Gesicht. Einfach so. Der sitzt da immer so. Und der verzieht auch keine Mine, er hat immer dieses verschmitzte Gunther-Lächeln drauf. Weißt du nicht, so, was führt der Mann da gerade im Schilde? Und der verzieht auch keine Mine, finde ich geil. Ich mag dieses verschmitzte Gunther-Lächeln. Das sah wirklich gut aus. Ich hatte eher das Gefühl, das sagt mir aus, ich hätte gerne ein Smartphone in der Hand, aber das ist er. Ich will das Mensch gar nicht schauen, weil ich bin viel bessere Catcher. Ja eben, außerdem Tamatonga, was interessiert ja mich, wo kommt der eigentlich her? Ich wollte sagen, Ibrahim Al-Hayal ist wieder zugegen. Das heißt, wir haben morgen hin zu den fünf Matches, beziehungsweise Kick-Off schon sechs Matches, sondern auch ein Comedy-Segment. Das ist ja dieser Comedian, der bei The Miss letztes Mal, der ist wieder da. So, und jetzt passiert wirklich, also du ahnst es nicht, was jetzt passiert. Randy Orton auf seine alten Tage in Saudi-Arabien macht einen Move, den er nicht sonst macht. Es ist passiert, Randy Orton ist für mich die Wärmepumpe der Woche. Es geht gar nicht anders, Randy Orton macht einen Fall-Away-Slam mit Tamatonga. Wirklich wahr. Das ist unser Running-Gag hier immer mit Chris, dass Randy Orton immer die gleichen Moves macht. Der macht was anderes. Das ist ja kein Running-Gag, das stimmt ja halt wirklich. Randy Orton hat ein Moveset und das spielt er immer ab, den selben Song nochmal. Ja, den selben Song nochmal. Aber dadurch hat er sowas viel mehr Impact. Das ist ja eigentlich auch schlau, wenn er halt einfach ein Moveset hat, was er immer wieder abspielt. Weil dadurch hat ja so ein neuer Move da auch viel, viel mehr Impact. Das ist doch geil. Absolut, sonst hätte ich ja nicht erwähnt. Also das wäre wirklich überraschend, Randy Orton macht einen anderen Move. Tamatonga, das ist nicht überraschend, der kriegt wie immer nichts Geschissens. Also seitdem er da ist, kriegt er immer nur aufs Maul. Stell dir mal vor, Randy Orton würde jetzt so ein bisschen wie damals John Cena, als er ganz verrückte Dinge auf einmal gemacht hat. Wo John Cena so Harry Karanas gesprungen ist und so. Ja, das wäre geil. Ja, ja, so ein Springboard-Stunner. Lightning Fist hat er gemacht, den Sixth-Move of Doom, der war krass. Naja, also, Randy Orton hat jetzt das Knie kaputt. Das ist ärgerlich, haben wir heute auch schon mal gesehen. Er macht zweimal diesen Vintage-Orton-DDT, zweimal. Und da ist es mir aufgegangen, Randy Orton kriegt das Blutgeld. Wir sind doch in Saudi-Arabien, da reden doch alle immer Blutgeld. Der hat jetzt einfach schön nochmal einen Scheck, schön nochmal eine Million extra. Dafür, dass der einen Move doppelt macht und einen extra. Ich will gar nicht wissen, was der jetzt macht gegen Gunther, denn er gewinnt. Ui, 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 ne, Solo Sikoa lenkt jetzt so ein bisschen ab. Der Einroller klappt nicht stattdessen. Denn AKO, out of nowhere, ja, Knie geht kaputt. Hilft nix, ne, gegen Gunther wird jetzt das Knie ein bisschen kaputt sein. Solo Sikoa daunt jetzt nochmal Randy Orton weg, weil er immer noch frustriert ist, dass er so eine falsche Personalwahl getroffen hat mit diesem Tamal Donga da, der nix geschissen kriegt. Solo Sikoa, der Randy Orton wird geschlagen reingehen. Und was passiert jetzt? Ich war überrascht, jetzt hat doch der Randy Orton vorher gesagt, ich bin ganz alleine. Nein, nein, man hatte noch einen blinden Passagier im Flugzeug. Kevin Owens, er hilft und damit endet SmackDown. Wunderbar und wir werden sehen bei King of the Ring. Randy Orton gegen Gunther, take my money, würde ich sagen. Ja, klassischer Save noch am Ende. Und auch hier geht man natürlich den, sag ich mal, sinnvollsten, aber auch den erwartbarsten Weg. Randy Orton, der Face gegen den Heel, Gunther bei King of the Ring im Finale. Und das ist auf jeden Fall ein Match mit Namen, wo ich sage, take my money. Das hast du schon auf jeden Fall richtig gesagt, hab ich Bock drauf. Vor allem bin ich gespannt einfach auf die Match-Chemie zwischen den beiden. Randy Orton ist ja auch eher ein etwas langsamerer Catcher mit grundlegenden Wrestling-Moves. Genau wie Gunther ja auch eigentlich ein Meister von Grundlagen-Wrestling ist. Und ich glaube, das könnte eigentlich eine coole Sache werden. Ich hoffe, dass die Pace da nicht zu langsam wird, dass man sagt, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen langweilig. Weil das hatten wir ja mal in der Vergangenheit. Randy Orton-Matches haben so vor sechs, sieben Jahren, hat man sich langsam sattgesehen an Randy Orton-Matches, die so 25 Minuten gingen und dann wirklich, wirklich langsam waren. Aber wir lieben ihn trotzdem. Wir lieben ihn trotzdem. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Das ist ein Viper. Ja, genau. Also dieses Match war auch okay. Ja, Tamatonga gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag sein Entrance. Ich mag sein Entrance. Der ist geil. Also auch, der kam ja wie der Boogeyman raus, ne? Ja, der kam ja auch auf allen Vieren raus, wie der Boogeyman. Der ist ein Tier. Also man will ihm zumindest böse darstellen. Ich mag auch den Entrance-Theme. Der wirkt bedrohlich, dieser Entrance-Theme. Mit den Flammen und diesen samuanischen Trommeln. Und der spannenden Musik. Das finde ich, da muss ich sagen, Death Rebel ab und zu auch mal eine gute Leistung gemacht. Zwischendurch, ja. Ne, das ist gut. Also richtig viel Feuer mögen wir. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass die gemeine Kröten Viper 3,3 kmh drauf hat. Also insofern ahnt Randy Orton die ziemlich gut nach. Das passt gut, ja. Ja, es war ein Muster, weil wir so nicht kennen. Ja. Und wir haben eine tolle Match-Story gehabt. Die Bloodline ist tatsächlich jetzt nicht so involviert gewesen. Das ist auch ein bisschen schade. Wie ist das eigentlich so jetzt, wo Tamar Tonga verloren hat, schmeißt der Solo den dann raus? Weil Siege und Niederlang zählen, ja, ne? Ist ja so. Ja, neuerdings schon. Aber manchmal auch nicht. Also wie es gerade passt. Ich glaube nicht, dass der Jimmy wiederkommt. Nee, der ist ja verletzt. Nee, der wurde mir auch schon mal besser erzählt. Ja, Roman Reigns wird irgendwann wiederkommen. Dann ist es so wurscht, was der Solo so wie die Chor da macht. Wenn die Orton gegen Gunther freu ich mich mega drauf. Das wird gut. Und wir haben tatsächlich die Story. Ich weiß nicht, ob man das macht. Also es kann doch sein, dass wenn die Orton jetzt wieder ganz normal rauskommen. Jakob L.R. hat ja mit ihrem Knie auch ein Match danach. Das ist egal. Die wird sich wahrscheinlich daran erinnern. Wenn die Orton nicht. Aber es kann auch sein, dass man das jetzt genutzt hat, um einen angeschlagenen von den Orton gegen Gunther zu präsentieren. Wäre auch sehr interessant. Und ja, wer wird das denn dann am Ende? Also Gunther, ich bleibe dabei. Ich möchte Gunther nicht mit einer Krone sehen. Chris fand das so toll. Echt? Kann ich sagen? Nee. Also ich möchte ihn siegen sehen, ja, als King of the Ring. Aber ich möchte ihn nicht mit einer Krone oder so ein Gimmick aufsetzen sehen. Ich möchte einfach, der sagt, ich bin King of the Ring. Ich habe auch das geschafft für diesen großartigen Sport. Und deswegen möchte ich jetzt ein Titelmatch haben und dann kriegt er sein Titelmatch. Die Alternative wäre natürlich Randy Orton und dann geht es gegen Cody Rhodes. Aber da würde ich sagen, das braucht ja so ein Ding ja eigentlich gar nicht. Also das schreibt sich ja von alleine, dass jetzt Randy Orton irgendwann auf Cody Rhodes trifft. Und glaube ich, für einen Summerslam könnte auch was anderes geplant sein für Cody Rhodes, als gegen Randy Orton anzutreten. Ich glaube, das macht man nicht beim Summerslam. Ich bin einer anderen Meinung. Also ich glaube, so ein King of the Ring Gimmick würde ganz gut zugunter passen. Auch mit der Krone. Weil das ist ein Wrestling-Turnier. Der Mann ist der Ring-General. Der lebt davon, dass der einfach der beste Catcher der Welt ist. Aber er ist auch nicht in so einem Generalstab-mäßigem Zeug oder so eine Mütze oder so raus. Er könnte ja auch komplett Bundeswehr-Uniform haben oder so. Ja, aber wenn er dann sagt, ich bin nicht... Aber das ist doch eigentlich eine gute Entwicklung. Wenn er sagt, ich bin nicht mehr der Ring-General, ich bin der König des Rings. Ist doch ein Aufstieg von General zum König ist ein Aufstieg. Ich meine nur das Optische. Als dass er wirklich eine Krone auf hat und Zepter in der Hand hat und auf dem Thron sitzt. Da sehe ich ihn nicht. Das finde ich nicht so cool bei Cody Rhodes. Ja, das wird glaube ich auch nicht passieren. Wahrscheinlich tut er die dann in irgendeine Vitrine und dann steht sie da. Ja, sowas. Hattest du die Vorstin ja auch nicht gemacht. Oder der Luki. Der trägt die einfach mit rum, die Krone. Da hat eine Majestätbeleidigung. Am besten auch auf so einem Kissen. Aber die ist diesmal nicht aus Plastik, die Krone, glaube ich, oder? Die sah nicht so aus. Die sah schon hochwertig aus. Die sah schon... Doch, doch. Also die kann der Rains nicht einfach so kaputt treten. Das glaube ich auch. Wird dann eigentlich auch der Name da eingraviert? Dann wird das jetzt so ein Wanderpokal eigentlich? Wie der Heritage Cup so? Auf die Krone? Ja. Dann reicht man die so rum. Ja, ich weiß es nicht. Na ja. Am Ende? Smackdown angelangt. Randy Orton meine Wärmepumpe, weil er einen Move gezeigt hat. Blödjahndes Tages, wie immer, Tamatonga. Weil der... Schreibt's gerne in die Kommentare, was Tamatonga für einen Mehrwert bietet für Solo Sikor. Und vor allem für Roman Reigns. Schreibt's gerne. Ich finde es einfach nicht. Und dann darfst du jetzt gerne diese Show zusammenfassen und deine Awards verteilen. Denn wir sind tatsächlich durch jetzt mit Smackdown. Ähm, ich werde diese Smackdown auf einer Ebene vergleichen, ähm, als Hausshow in einem anderen Land. Und, äh, da muss ich als Vergleich Frankreich hinzuziehen. Und, äh, wenn ich das vergleiche, muss ich sagen, war diese Smackdown um Welten besser als diese Frankreich-Ausgabe. In Frankreich ist nichts passiert. Hier hast du echt viel Inhalt gehabt. Du hattest sinnvolle Matches, ähm, die gewisse Storylines auch vorangebracht haben. Also, ich war echt grundlegend zufrieden mit dieser Ausgabe. Aber auch, du hast jetzt kein wirklich riesiges Highlight gehabt. WWE-Title-Picture stinkt leider immer noch gerade erzählerisch immer noch etwas ab. Äh, wrestlerisch wird das genauso krass wie AJ Styles auch gegen, gegen Cody Rhodes. Ähm, mit Long Paul wird er auch ein grandioses Match abliefern. Aber erzählen tut uns leider an Cody nicht so viel. Pluspunkt gibt's immerhin dafür, dass er das hier nicht erwähnt hat. Auch wenn er so kurz davor war bei seiner emotionalen Rede. Aber, ähm, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich würde sagen, das war eine, äh, ranken wir hier noch nach brauchbar und so? Selbstverständlich machen wir das. War brauchbar, doch. Brauchbar, ne? Ja. Ja, auch doch, ging wohl. Also, im Vergleich zu Lyon selbstverständlich. Also, Lyon war ja wirklich gar nichts. Also, vonsofern, äh, im Vergleich dazu auf alle Fälle deutlich besser. Für eine normale Smackdown-Ausgabe ist schon genug passiert, weil er die Finals gehabt von Smackdown. Und, und das mit Cody war zumindest ambusant, auch wenn ich... Also, das schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Das würde mich interessieren, wie ihr das mit diesem komischen Brass-Nuckles da fandet. Ähm, es ist genug passiert und, äh, das ist eine brauchbare Show. Warum denn nicht? Zum ersten Mal in Saudi-Arabien hat man das mitgenommen und, äh, da bin ich auch happy. Und wir haben unseren Spaß gehabt. Das ist auch wichtig. Ja. An diesem Samstag, wunderschöner Samstag. Ich finde ja immer Pokalfinal, da war es auch immer, fühlt sich immer irgendwie anders an, ne? Aber das weißt du gar nicht, ne? Aber ich finde das immer gut. Naja, beim Finale Bayer Leverkusen gegen Kaiserslautern habe ich jetzt nicht so Schmetterlinge im Bauch. Also, das weißt du auch gar nicht mehr, ne? Das war vor deiner Geburt. Weißt du noch, damals Rudi Völler und Andi Bremer, wie sie geweint haben? Ja, ja, klar. Ja, das war der Abstieg für Kaiserslaut. Ich habe von oben runtergeguckt, bevor ich produziert wurde. Ich war noch in Abrahams Wurstkessel. Du wirst auch noch deinen Seiten-A-Ausfall bekommen und dann lachst du nicht mehr so. Den habe ich nächste Woche wahrscheinlich auch wieder, glaube ich. Ich habe nächste Woche wieder Seiten-A-Ausfall, glaube ich. Der kommt immer so periodisch. Das ist wie meine Periode. Möchte ich noch was fragen? Kommt auf, aufhören. Ja. Ja. Weißt du, welcher Tag heute ist? Heute ist der 25.05. Heute hat ein sehr guter Freund von mir Geburtstag. Glückwunsch. Wirklich. Danke. Also wirklich, ich frage mich im Herzen. Heute ist Veröffentlichung von Star Wars gewesen, 1977 am 25. Mai. Stimmt. Und deswegen wurde ein Feiertag ins Leben geschaffen, der nicht konkret was mit Star Wars zu tun hat, sondern mit allen Geeks da draußen. Und dazu möchte ich auch Wrestling-Fans ziehen. Heute ist der Geek-Pride-Day. Heute sind wir stolz darauf, Geeks zu sein. Und das ist so. Und ich habe mir das jetzt rausgesucht. Ja, liebe Leute. Ich möchte, also eigentlich, wenn wir das jetzt hinkriegen, möchte ich jetzt so ein bisschen patriotische Musik im Hintergrund haben. Weil das wird so eine Independence-Day-Geschichte. Dass ich jetzt also stehe und sage, Aliens, Aliens. Denn dieser Geek-Pride-Date ist mit Rechten und Pflichten, es gibt ein Manifest. Ich möchte das jetzt vorlesen. Vielleicht kennt ihr euch wieder. Denn wir sind alle, Geeks aller Länder vereinigt euch. Denn Rechte, dieses Manifest zufolge. Das Recht, sogar noch geekiger zu sein. Das Recht, das Haus nicht zu verlassen. Das Recht, keinen Partner zu haben und Jungfrau zu sein. Das Recht, Fußball und anderen Sporten nicht zu mögen. Das Recht, sich mit anderen Geeks zusammenzuschließen. Das Recht, wenige oder gar keine Freunde zu haben. Das Recht, so viele geekige Freunde zu haben, wie man will. Das Recht, nicht in-Style zu sein. Das Recht, übergewichtig und kurzsichtig zu sein. Das Recht, mit der eigenen Geekiness anzugeben. Und das Recht, die Weltherrschaft zu übernehmen. Das sind die Rechte, die einhergehen mit unserem Geek-Tum. Das letzte fand ich jetzt ein bisschen over the top. Mit der Weltherrschaft. Nein, es ist die Weltherrschaft. Ich bin stolz, so Pflichten. Sei ein Geek, was immer da komme. Versuche, nerdiger zu sein als jeder andere. Wenn über etwas Geekiges diskutiert wird, musst du deine Meinung äußern. Bewahre alle Geeking-Sachen auf, die du hast. Tu, was du kannst, um mit deinem Geeking-Zeug anzugeben, als wäre es ein Museum der Geekigkeit. Sei nicht nur allgemein ein Geek. Spezialisiere dich auf etwas. Besuche jeden nerdigen Film bei der Erstaufführung und kaufe jedes geekige Buch vor jedem anderen. Stehe Schlange bei jeder Erstaufführung. Wenn du ein Kostüm tragen kannst oder zumindest ein auf den Film bezogenes T-Shirt, umso besser. Trag es. Verschwende keine Zeit mit etwas, das nicht zum Geekdom gehört. Freunde dich mit allen Personen an, die irgendwelche physischen Ähnlichkeiten mit Comic- oder Science-Fiction-Charakteren haben. Und versuche, die Weltherrschaft zu übernehmen. Geeks aller Länder verteidigt euch. Dankeschön und auf Wiedersehen. Das ist ja ein ganzes Lexikon. Vereint ist das. Vereint ist das. Die Freunde können jetzt auch ausgeben. Ja, wir winken noch. Wir winken noch, aber ich möchte sagen, liebe Freunde, mehr Liebe in unserer Bubble, mehr Liebe für Wrestling und haltet zusammen, haltet die an über der Bettdecke. Ich liebe Wrestling. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Junge stand, Junge ham nichts. Jangan lupaerni much. j소리